Hallo ihr Lieben, das ist ein Video darüber, wie Politik zu einer Art Religion für mich werden konnte. Und ich gehe davon aus, dass dieses Video tatsächlich von nahezu keinem Menschen wirklich verstanden werden kann, weil ich glaube, dass die allermeisten Menschen nicht erahnen können, wovon ich überhaupt rede, wenn ich von Politik rede. Also wenn ich sage, Politik ist zu einer Art Religion für mich geworden, dann meine ich nicht das, was wir heute Politik nennen, denn das ist in meinem Sprachgebrauch überhaupt keine Politik, sondern etwas ganz anderes. Wirkliche Politik existiert derzeit gar nicht auf dem Planeten und insofern ist sie den allermeisten Menschen unbekannt. Ich selber bin mit etwas konfrontiert worden im Studium, also in meinem Philosophiestudium, schon vor vielen, vielen Jahren, was sich dann sozusagen dazu entwickelt hat, was jetzt hier Thema ist. Also sozusagen der Same oder der Keim ist sehr früh gepflanzt worden in meinem Leben und hat sich dann also über verschiedene Zwischenschritte entwickelt. Und es stammt also, wenn man die Namen, wenn das irgendjemandem was sagt, wenn man das kennt, wenn man sich so ein bisschen auskennt, stammt indirekt von Leuten wie Hans Blumenberg und Joachim Ritter. Die sind sozusagen verantwortliche Väter und Mütter dieser Geschichte. Und ist so ein bisschen der Hinweis darauf, also so wurde mir Philosophie mal beigebracht, dass Philosophie, als sie sich selbst erfunden hat, als sie sich selbst konstituiert hat, in Konkurrenz getreten ist zu eben einem anderen Konzept, nämlich der Ansicht, dass tatsächlich das politische Leben das Größte, das Großartigste, das Beste für den Menschen sei. Und Platon hat versucht, die Philosophie gegen die Politik zu institutionalisieren in einer Art Überbietungswettstreit. Also mit der Aussage, nicht das politische Leben sei das Höchste, sondern das philosophische Leben sei das Höchste. Und meine heutige Ansicht ist, hier irrte Platon wie eigentlich auch in allem anderen. Also das ist der europäischen Geschichte sehr ungut bekommen, weil eben Platon mit seiner Überbietungsgeschichte relativ erfolgreich war. Aber das war nicht zu unserem Besten, sondern zu unserem Schlechtesten. Denn tatsächlich kann der Mensch nichts Größeres realisieren als ein politisches Leben. Und die Tragik unseres heutigen Lebens ist es, dass wir dieses politische Leben nicht realisieren. Wir leben ein unpolitisches, vorpolitisches Leben und sind dazu sozusagen des Besten beraubt. Und da ist es sehr passend, dass das Wort privat, privatus, beraubt bedeutet. In einer seiner Kernbedeutungen. Also wir leben ein beraubtes Leben, ein Leben, das der Besten aller Möglichkeiten, des höchsten Potenzials des Menschen überhaupt entfalten können. Das ist nicht realisiert, also ist nicht zugänglich für uns. Und wir könnten es eben auch nur gemeinschaftlich realisieren, nicht als Einzelne. Das ist so ein bisschen die narzisstische Kränkung, dass man es nicht aus Eigeninitiative schaffen kann. Also es geht nicht darum, dass sich jetzt als einer von uns besonders anstrengt oder so. Das ist immer ein aristokratisches Konzept gewesen. Und die klugen Leute der Vergangenheit, also unserer eigenen Vergangenheit, wussten, dass das Beste nur gemeinsam erreichbar ist und nicht für einen als Einzelnen. Also sie hatten keine Privatansicht. Das kam eben erst mit der Philosophie auf. Also diese ganze Selbstoptimierungswahnsinn und an sich Arbeiten, der auch heute noch wild gepflegt wird, in völliger Unkenntnis der Realitäten, ist aufgekommen mit letztlich dem Verlust des Sinns für das Politische und vor allem mit dem Verlust der Realität des Politischen. Und ja, was soll ich sagen? Also ursprünglich hat sich dieses Video ergeben, so ein bisschen beim Spazierengehen, über einen ganz anderen Gedanken. Der Gedanke war, dass sehr viele Dinge, die heute hoch geschätzt werden, also die für etwas Gutes gehalten werden oder vielleicht auch einfach nur für plausibel gehalten werden, nur deswegen für sehr wertvoll oder plausibel gehalten werden. Und ich will hier ganz bewusst nichts Bestimmtes benennen, weil ich es für beleidigend halte, sozusagen das zu dissen, was Menschen zufällig lieben. Also ich finde eben, man kann es sich mit Menschen auf keine Weise wirksamer und bleibender verscherzen, als da eben dadurch, dass man Dinge disst, die sie sehr hoch schätzen. Ich möchte aber trotzdem sagen, ganz pauschal, ohne einzelne Dinge zu benennen, dass sehr viele Dinge, die sehr hoch im Kurs stehen, einfach nur deswegen hoch im Kurs stehen, weil die Menschen das Beste gar nicht kennen, also aus einer tatsächlichen Unkenntnis heraus. Und hätten wir dieses politische Leben, von dem ich rede, würden wir es gemeinsam realisieren, würde sich diese Hochschätzung von ganz alleine, ganz organisch, ganz automatisch erledigen. Es wäre wahrscheinlich immer noch Dinge, die wir, sag ich mal, vielleicht nicht unbedingt gering schätzen oder wo wir sagen, das ist wertlos, aber diese Aufladung, die sie heute haben, hätten sie nie und niemals, auf gar keinen Fall, weil es hier sehr stark auch um affektive Energien geht im Politischen, um sehr positive, affektive Energien, die wir aber gar nicht realisieren und deswegen in andere Kanäle kanalisieren. Also es gibt Dinge, die ganz offensichtlich Kompensation sind. Das ist aber den Leuten, die diese Dinge predigen und hochhalten, nicht bewusst, dass das nur Kompensationen sind, also dass sie sozusagen das Glück des Menschen, das gute Leben in Dingen suchen, wo es ganz einfach nicht zu finden sind. Also dass sie tatsächlich über das Wesentlichste, über die Frage nach dem guten Leben in einem fatalen Irrtum gefangen sind, aus dem sie sich eben auch als Einzelne gar nicht befreien können. Also sozusagen, es ist nicht möglich, alleine ein politisches Leben zu führen oder auch als kleine Gruppe ist es nicht möglich. Also es geht hier nicht um eine Sektengründung und dann leben wir in einem kleinen Dorf, das politische Leben, das ist das Gegenteil von Politik. Politik, das ist ja genau der private Gartenzaun, hinter dem man sich zurückzieht. Das Gegenteil von Politik. Also Politik hat einen gewissen Universalismus, einen gewissen Generalismus. Es ist, wenn sie existiert, alle umfassend, umfasst tatsächlich alle Menschen und besteht eben einer ganz bestimmten Daseins- und Lebensform, die wir in der Moderne bisher noch nicht mal ansatzweise realisiert haben. Das heißt, ganz freundlich gesprochen, im Besten aller anzunehmenden Unfälle steht uns das Beste noch bevor. Und wir leben also derzeit ein wirklich schlechtes Leben miteinander, ein Leben, das den Menschen an sich, würde ich tatsächlich sagen wollen, nicht würdig ist. Und dafür verantwortlich ist tatsächlich eine Art Hybris, die mit der Philosophie in die europäische Geschichte eingekehrt ist, nämlich, worauf ich immer wieder zurückkomme, Platons homoiosistio, die Verähnlichung mit Gott. Also die Vorstellung, der Mensch könnte sich selber in Richtung eines Göttlichen oder so überschreiten. Und bei Platon ist es offensichtlich, dass das aus einem politischen Trauma herauskam. Also Platons Geburtsdaten, kann ich auch nur immer wiederholen, sind fast parallel mit dem Peloponnesischen Krieg, also mit dem Beginn des Peloponnesischen Krieges, ein Krieg, der 27 Jahre lange gedauert hat, den Athen verloren hat, Platons Heimatstadt oder Heimatpolis. Und wir dürfen Platon getrost aus mehreren Gründen als einen von der Gesellschaft traumatisierten Menschen betrachten, der als Antwort auf sein persönliches Trauma die Philosophie erfunden hat. Und naja, in einer Welt, in der solche Traumata nicht existieren, gibt es vielleicht auch keinen Grund, dieses Trauma immer weiterzugeben. Von Generation zu Generation, also eine Art Kompensationsversuch dafür, dass das zwischenmenschliche Leben als Chaos, als ungeordnet, als Katastrophe, als unmoralisch, als ungerecht oder was auch immer erlebt wird, wie das ganz sicher bei Platon der Fall war. Und dann sind also unsere Tendenzen der Weltflucht oder der Transzendenz nicht mehr gar so groß, möchte ich behaupten. Ganz einfach deswegen, weil wir das gute Leben im Hier und Jetzt, in der Immanenz, tatsächlich auf dem kleinen, verletzlichen Planeten Erde realisieren, und zwar miteinander, über ganz bestimmte Formen des Zusammenlebens, die sich eben im engeren Sinne politisch nennen oder politisch schimpfen, die wir aber heute nicht haben. Also, kurz gesagt, der Mensch ist zu sehr viel Besserem in der Lage, aber nur gemeinsam, nur vermittelt über ganz bestimmte Institutionen, die wir derzeit nicht besitzen, die wir derzeit nicht pflegen. Und insofern sind wir alle aufs Privatleben zurückgeworfen und in dieser Verworfenheit, Zurückgeworfenheit auf das Private, also auf einen in sich selbst beraubten Zustand, halten wir dann in unserer Verzweiflung ganz bestimmte Dinge hoch, von denen wir uns Rettung, Erlösung oder einfach nur ein schönes, gutes Leben erwarten, um es ein bisschen zu erden oder sozusagen von einem ganz großen Pathos runterzuholen. Und in all dem täuschen wir uns. Es ist nicht möglich. Also, es gibt natürlich kleine, schöne Momente im Alltag, die habe ich auch. Aber wir sind halt sehr viel verbundener miteinander, als wir das in einem privaten Zustand jemals leben können, jemals realisieren können. Wir haben Wechselwirkungen aufeinander, ob wir das wollen oder nicht. Und die aktive Gestaltung dieser Wechselwirkungen ist die Politik. Und das kann eine wunderschöne Tätigkeit sein, eine wunderschöne Praxis, eine wunderschöne Form des Miteinander umgehens und das Miteinander die Dinge regeln, das sich miteinander verständigens, das auch Verstehen lernens, was so sozusagen der Mensch überhaupt ist und zwar wirklich in seiner Vielfalt. All das lässt sich politisch realisieren, aber es lässt sich nicht privat realisieren. Und insofern entgeht uns, wie vielleicht auch Hannah Arendt ein bisschen andeutet, das Beste, indem wir in einer privatistischen Gesellschaft leben, wie wir das faktisch heute tun. In einer völlig vorpolitisch oder unpolitischen Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die zwar viel von und über Politik redet, aber in Wirklichkeit gar nicht weiß, was Politik ist, weil sie ihr noch nie vorgestellt worden ist. Und wie gesagt, das hat alles eine lange, lange, lange Vorgeschichte und beginnt letztlich mit dem Überbietungsversuch Platons, der also sozusagen in einer Zeit, in der das Politische sehr hoch geschätzt wurde und zwar wirklich affektiv, also mit Pathos, mit auch einem gewissen, ich würde sagen, mit Erleben gefüllten Bewusstsein, also nicht reine Spintisiererei, nicht Wunschdenken, nicht Illusion, sondern sozusagen real gelebtes Leben, das nur sprachlich auf den Punkt gebracht wurde, wo dann die Leute also aus Erfahrung gesagt haben, Politik ist das Geilste, was es für Menschen überhaupt gibt. Und in diesem Zustand ist Platon eingetreten, aus einem ganz bestimmten Traumatisierungen heraus, und hat gesagt, es gibt noch was Tolleres und das ist sozusagen die Orientierung in Richtung dem Göttlichen, das eben nur in der Philosophie realisierbar sei. Und das war einfach ein richtiger Griff ins Klo, der uns, ich würde sagen, 2400 Jahre Menschheitsgeschichte gekostet hat und uns also derart zurückgeworfen hat. Davon haben wir uns bis heute noch nicht mal ansatzweise erholt. Wir haben noch nicht mal begonnen, uns davon zu erholen. Selbst wenn wir jetzt anfangen, politische Formen tatsächlich zu erzeugen, heute, also heute, endlich anfangen, Politik zu realisieren, werden wir vielleicht auch noch Jahrzehnte, Jahrhunderte oder Jahrtausende brauchen, uns von den letzten 2400 Jahren zu erholen. Also das sind historische Dimensionen, die, glaube ich, den allermeisten Menschen zu groß sind, als dass sie überhaupt in solchen Dimensionen denken wollen. Ich meine, was ist schon, wir sind halt trotz allem irgendwie Affen und der Horizont des Affen geht bis zur nächsten Banane und das gilt für uns alle. Also wir sind Unmittelbarkeits- oder Nahbarkeitswesen, das heißt, das, was wir unmittelbar erleben, was in unserem unmittelbaren Umfeld ist, das ist so richtig real für uns und alles andere sind halt schöne Geschichten, wie ich hier eine erzähle, sind abstrakter, die uns halt nur teilweise interessieren. Das ist menschlich, ja, nachvollziehbar und menschlich, dass der zeitliche Horizont vieler Menschen nicht sehr weit reicht. Übrigens auch vieler heutiger Intellektueller. Also mein persönlicher Eindruck, ohne jetzt zu despektierlich werden zu wollen, ist, die allermeisten heute lebenden und vor allem redenden und schreibenden Intellektuellen in der heutigen Zeit haben einen historischen Horizont, der geht ungefähr, ungefähr bis Mitte des 18. Jahrhunderts. Also so die Beginne der Vorläufer der französischen Revolution und der amerikanischen Revolution. Das ist so die Dimension, bis wohin gedacht wird. Darüber hinaus wird selten mit Nachdruck und Aufmerksamkeit gedacht, was dazu führt, dass die Leute die ganze Neuzeit, Moderne an sich falsch einschätzen, weil man kann die Moderne und Neuzeit nur dann richtig einschätzen, wenn man sie vor der Hintergrundfolie dessen betrachtet, wovon sie sich absetzt. Also man muss halt die Unterschiede kennen, um eine Sache schätzen zu können. Und wenn man die Unterschiede nicht kennt, weiß man eigentlich nicht, worin man gerade lebt. Also man kennt sich selber nicht, man kennt die eigene Geschichte nicht, man kennt die eigene Gesellschaft nicht, weil man halt sozusagen in seinem historischen Horizont einfach nicht weit genug zurückgeht. Und natürlich kann man das auch auf anderem Wege leisten, also eben über dem Wege des Kulturvergleichs. Also Ethnologie ist zum Beispiel ein Fach, wo man auch recht weit kommen kann. Ich bin halt eher jemand, der durch die Philosophie auf eine historische Schiene gesetzt wurde, und ich vergleiche Europa sehr stark mit seiner eigenen Vergangenheit. Also ich habe auch den interkulturellen Vergleich, aber weniger lokal als mehr temporal. Ja, also wie das halt Philosophen traditionell so machen. Ja, also ich sehe die Geschichte und ich sehe eine falsche Abzweigung vor circa 2400 Jahren, die wir dringend korrigieren müssen. Das heißt, wir müssen ganz dringend als Gesellschaft zurück zum Politischen, und zwar zum Politischen, so wie es die Griechen mal verstanden haben. Und da müssen wir halt anknüpfen und weitermachen. Das heißt nicht, dass die Griechen alles gut und schön gemacht haben. Ganz im Gegenteil, sie haben bestimmte Dinge ganz fatal schlecht organisiert. Nur deswegen konnte sich ja die Philosophie und Platon überhaupt entwickeln. Also hätte die das Politische nicht gewisse tiefsitzende, konzeptionelle Fehler gehabt, auch bei den alten Griechen, hätte sich sowas wie die Philosophie niemals ihr schmutziges Haupt erheben können. Aber sozusagen die Anknüpfungspunkte sind da und können heute genutzt werden, um eben etwas Besseres zu realisieren, als es die ollen Griechen selber jemals getan haben. Und das Gemeinsame ist ganz sicher die Imphase. Das Gemeinsame ist tatsächlich der Pathos oder die affektive Aufladung des politischen Raums, das Realisieren, dass ein gutes Leben, auch ein freies Leben, nur, ausschließlich nur, in der Politik realisiert werden kann von uns Menschen. Und das bedeutet, kann man sehr schön zusammenfassen in folgendem Satz, dass der Anfang des Kontrassoziales von Rousseau so falsch ist, wie nur irgendetwas falsch sein kann. Der Mensch ist nicht freigeboren, der Mensch ist unfrei geboren, er kann aber frei werden, vermittels über Politik. Und Politik in diesem Sinne ist eine Technä, etwas Hochartifizielles, nichts Natürliches, es entsteht nicht von alleine, deswegen ist Politik ja auch so selten, wäre sie von Natur, wäre sie sehr viel verbreiteter. Aber da sie nicht von Natur ist, sondern eine Kulturleistung ist, weil sie Kunst ist, weil sie Sozialtechnik ist, ist sie so selten und auch so wertvoll. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Mensch, da er nur im Politischen frei sein kann, unfrei geboren ist, also das Private sind wir alle unfreie, auch jeder Tyrann, wie Hannah Arendt bemerkt hat, ist ein Unfreier, jeder Diktator ist ein Unfreier, weil sie in einem unpolitischen Raum ihr Leben verbringen, in einem privaten Raum, nur ist das den Menschen, auch ihnen selber nicht klar. Und deswegen ist den Leuten selber gar nicht klar, in was für einer Misere sie leben, wie weit sie das Beste, was der Mensch erreichen kann, verfehlen. Also man muss halt die Unterschiede kennen, um zu verstehen, auch sozusagen, wie weit man daneben liegt im Moment. Und wir liegen unendlich weit daneben zwischen dem, was für uns Menschen möglich ist. Wirklich nicht nur ein bisschen. Eine politisierte, eine wirklich politische Gesellschaft ist nicht ein bisschen besser als das, was wir gerade haben. Sie ist unendlich viel besser. Sie ist sicher kein Paradies, aber das widerspricht Bände gegen den derzeitigen Zustand. Denn wenn schon der sehr viel bessere Zustand kein Paradies ist, dann ist das, worin wir leben, eine der tieferen Höllen, was nicht heißen soll, dass es nicht noch viel tiefere Höllen gibt. Aber wir leben in einer Art wirklich sehr grausamen, sehr schrecklichen Hölle miteinander. Das ist auch der Grund, warum so viele Menschen so drastische psychische Erkrankungen haben. Nicht wenige, die allermeisten von uns, einschließlich meiner Wenigkeit, haben die. Die allermeisten Menschen heute sind zutiefst seelisch krank. Und die Krankheit hat einen Namen. Sie heißt Unpolitizität. Sie heißt Privatheit. Sie heißt Privatismus. Und wirkt sich in allen unseren Lebensvollzügen, in allen unseren Lebensbereichen aus. Und wie man vielleicht hören kann, Politik ist tatsächlich eine Art Religion für mich geworden. Das heißt, ich setze meine ganze Hoffnung darauf, dass wir eine politische Gesellschaft begründen können, in Anknüpfung an die alten Griechen und in der Korrektur von Fehlern, die bereits vor 2400 Jahren circa gemacht worden sind, wo wir als Gesellschaft, als Ganze, eine auf ganz fatale Weise eine falsche Abzweigung genommen haben. Und ich glaube, wir müssen tatsächlich dahin zurück. Wir müssen da wieder anköpfen und dann sozusagen die bereits sehr vielversprechenden Entwicklungen, die sich eher gegen Ende des 6. Jahrhunderts vor Christus und im 5. Jahrhundert vor Christus ergeben haben, sozusagen weiterentwickeln. Natürlich sollten wir nicht einfach das machen, was Attica gemacht hat in seiner Demokratie, sondern wir sollten halt diese guten Ansätze weiterentwickeln und eine tatsächlich zeitgemäße, moderne Demokratie aus der Taufe heben, die halt derzeit noch nicht existiert. Ja, ganz faktisch nicht existiert. Das ist sozusagen meine einzige Hoffnung, die ich habe. Andere Hoffnungen habe ich nicht mehr. Nichts sonst gibt es, was mich irgendwie aufheitern kann. Nichts sonst gibt es, was mich irgendwie, wie soll man sagen, mir Hoffnung machen kann. Alles andere halte ich für fehlte, halte ich für falsche Hoffnungen, halte ich für Illusionen, die tatsächlich, wenn wir nicht diese politische Gesellschaft realisieren, tatsächlich von den weiteren Verläufen der Geschichte tatsächlich zerrieben werden werden. Also unsere Illusionen werden uns um die Ohren fliegen auf ganz, ganz grausliche Weise, die ich mir eigentlich gar nicht im Detail ausdenken will, weil ich mir so sicher bin, dass all diese Hoffnungen trügen. Also vielleicht so ganz krasse Transzendenzhoffnungen. Also wenn Leute sagen, die Erde ist ein reines Jammertal, erwartet nichts vom irdischen Leben, nicht das Geringste, also so etwas gnostisch oder manichäisch, wie dann mal gedacht wurde, die Erde wurde geschaffen von einem bösen Gott. Außer solche Varianten vielleicht, die haben Bestand, das ist dann halt reine Wirklichkeitsflucht, reine Diesheitsflucht in ein als viel besser erträumtes Jenseits. Außer vielleicht solche Formen gibt es auch gar nichts, was nicht zerstört würde von weiteren Geschichtsverlauf in einer privaten Gesellschaft, die nichts anderes kann, als sich nach und nach selbst zu zerstören. Wir sind also auf einem Pfad der Selbstdestruktion, der Autodestruktion, den wir gar nicht vermeiden können, ohne im Umkehrschluss das Beste zu realisieren. was möglich ist. Das heißt, tatsächlich gibt es eine gewisse Wahrheit. Wir leben entweder in einem Zustand, der wirklich, ich würde sagen, sehr, sehr, sehr befriedigend ist, obwohl er eben kein Paradies ist, oder in einem Zustand, der wirklich fast nur die Bezeichnung Hölle tragen kann, das Terzium non datur. Es ist eben nicht so, dass es eine Mitte überhaupt gibt. Es gibt vorübergehende Zustände, die aber sehr endlich sind, weil sie sozusagen aus sich selbst heraus eine Dynamik in sich tragen, die eben entweder dazu führt, dass sich das Teil selbst zerstört oder dass sich eben nach und nach etwas herausbildet wie Politik, die dann einen relativ stabilen Zustand herbeiführt in der Gesellschaft, der von uns gehalten werden kann, solange wir eben in unserer politischen Praxis nicht nachlassen. Wie gesagt, Politik existiert nicht einfach aus sich selbst heraus, nicht automatisch, nicht von Natur. Sie muss erarbeitet werden, will ich gar nicht sagen. Sie muss halt gemacht werden von uns. Und zwar von uns allen gemeinsam. Und in dem Moment, wo wir das nicht tun, fallen wir automatisch ins Private zurück. und das Private ist immer und überall ein Selbstdestruktionsmodus bei uns Menschen. Das kann gar nicht anders sein. Das ist sozusagen eine Logik, die jenseits unseres Wollen und Wünschens steht. Es ist einfach so. Das auf der höheren Ebene halte ich tatsächlich für eine Naturlogik. Das heißt, für ein unverfügbares etwas, das so ist, unabhängig davon, ob wir es wollen, ob wir es wünschen, ob wir es gern anders hätten. Das interessiert alles nicht, weil es eben auch zwischen uns Naturdynamiken gibt, die sich entweder so oder so oder so entfalten. Aber es gibt eben einen Kippschalter und dieser Kippschalter ist, realisieren wir das Politische? Ja oder nein? Terzium non datur. Ich weiß, das ist so immer recht unsympathisch in seiner polarisierenden Weise. Es ist aber trotzdem die Wahrheit, meines Erachtens. Es gibt eben auch eine politische Wahrheit, die mit Philosophie nicht ganz so viel zu tun hat. Und die tendenziell im antiken Griechenland vor der Philosophie den Leuten bewusst war, und zwar aus Erfahrung bewusst war, aus gelebtem Leben bewusst war, weil sie das eben gemeinsam realisiert haben und gemeinsam erfahren haben, wie geil das politische Leben ist und wie schrecklich es ist, in einer privatistischen Gesellschaft, die keine Politik kennt zu leben, also einer Gesellschaft wie der, in der wir heute zusammenleben. Ceterum censio, isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Demokratie gelost werden muss. Die Demokratie gelostet werden muss.